Hirsch, donnerte der Wirt und zückte seinen Zauberstab. Einen. Einen. Hm. Hirsch, donnerte der Wirt und zückte einen Zauberstab. Hirsch, du Idiot! Expecto Patronum! Etwas Großes und Gehörntes brach aus dem Zauberstab hervor. Etwas Großes und Gehörntes brach aus dem Zauberstab hervor. Mit gesenktem Kopf, etwas Großes und Gehörntes brach aus dem Zauberstab hervor. Mit gesenktem Kopf, mit gesenktem Kopf, mit gesenktem Kopf, etwas Großes und Gehörntes brach aus dem Zauberstab hervor. Mit gesenktem Kopf stürmte es auf die Hauptstraße zu und verschwand. Das war nicht das, was ich gesehen hab, sagte der Todesser, wenngleich etwas verunsichert. Sagte der Todesser, wenngleich etwas verunsichert. Die Ausgangssperre wurde ver... Jetzt machen wir bitte das Kepier, oder? Ja. Darf ich noch mal hören, bitte? Danke. Lässt sich leicht überprüfen. B Hm. ghmmmmhmhcmgmwmhgm Mmmhmhgm!